Der Koran ist für Muslime Gottes Wort, das Mohammed in arabischer Sprache offenbart wurde und sich durch seine Schönheit auszeichnet. Dieser Schönheit des Originals nähert sich Hartmut Bobzin mit seiner meisterhaften Neuübersetzung. Er legt erstmals einen philologisch zuverlässigen und zugleich ansprechenden Text vor. Die sprachliche Schönheit findet mit dieser Ausgabe ihr passendes Äußeres. In traditionellem orientalischem Ledereinband mit Klappe, nach dem Vorbild alter Koranausgaben gefertigt, ist diese Vorzugsausgabe auf nur 1000 Exemplare limitiert und durchnummeriert. Echtgoldschnitt, marmorierter Vorsatz, Schmuckschuber und die exklusiv für diese Ausgabe geschriebenen Kalligrafien von Shahid Alam machen sie zu einem buchkünstlerischen Juwel. Der Koran Neu übertragen von Hartmut Bobzin Erschienen im Verlag CH Beck Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017